Ich muss auch einfach sagen, ich finde das eine saugeile Idee. Ich meine, okay, die Idee mit den Zeitmaschinen wird sehr gerne benutzt, ne? Siehe Command & Conquer zum Beispiel. Ja, ich weiß, passt jetzt schlecht. Aber in dem Fall ja, schon eher. Weil das ist ja quasi eine mechanische Zeitreise. Das, was wir hier haben, ist ja eher eine magische Zeitreise gewesen. Also das ist auch wiederum was völlig anderes. Das ist eine magische Zeitreise als eine mechanische. Also eine technologisierte Zeitreise. Altar der Zeit. Hm, hier sind wir vor einigen Parts in der Zeit zurückgereist. Hallo, Serenica. Serenica. Serenica? Das ist nicht ein Name, ich weiß. Statt dein Ziel hier. The Dark One has returned. And, well, we need you to give us the power to save the world. Save the world? Do you remember this, Serenica? Do you remember this, Serenica? This was your flute? I... I know it. But from where? The memory is faint. But... Yes. It is there. Kein Wunder, es ist ja auch mehrere hundert Jahre her, wie Eric gesagt hat. And yet... The flute, I remember, was... Different. My dear. It can play but one melody. But it is a great one. A sacred one. A song of awakening. A song handed down through the years. I think we know that song. Veronica? Mm-hmm. Rejoice! Rejoice! The time is come! Arise! Awaken, holy one! We offer unto you the skies. Fly free once more! Arise! 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zwarzerast. Ein Wettbewerb zu testen deinen Metall, bis der letzte Krieg beginnt. Geh zu ihm. Geh zu Drosten. Und wenn der Zeit kommt, wenn du den Wettbewerb schlägst, die ihn schlägt. Ich bin bereit für dich. Ah, ein wenig Wettbewerb oder zwei, bevor der Hauptevent, hört sich nur was wir brauchen. Ich denke, wir können besser machen, als bei Zwarzerast zu besuchen. Dafür müssen wir uns richtig in Schuss bringen, aber so richtig. Denn diesen Gegner zu besiegen, wird sauschwer. Selbst mit dem höchsten Level. Und das ist unser Ziel. Das höchste Level. Level 99. Da müssen wir hin. Weil sonst haben wir keine Chance gegen ihn. Ja, Serenica. Erdwin. Wenn wir gegen Kalasmos eine Chance haben wollen, werden wir ernsthaft trainieren müssen. Oh ja. Ich würde sagen, wir gehen nach Creature-Welt und machen uns darüber schlau, worum es bei dieser Prüfung geht, die Ketos erwähnt hat. Am schnellsten kommen wir dorthin, wenn wir zum königlichen Kempten teleportieren. Herrscher der Lüfte. Dafür, dass du Ketos wahre Macht erschlossen hast und zum Himmel hinaufgeritten bist, um Kalasmos endlich zum Kampf zu stellen. Nee, noch stellen wir ihn nicht zum Kampf. Denn dafür sind wir noch viel zu schwach. Viel zu schwach. Wir gehen jetzt erstmal nach Gondulia, Freunde der Sonne. Tristan ist noch sehr weit entfernt von uns. Sehr weit entfernt. Das würde ich wirklich gerne möglichst als letztes machen, bevor wir wirklich gegen Kalasmos antreten. Oder möglichst spät, sagen wir es mal so. Bis dato haben wir wirklich noch viel zu tun. Wir müssen Erdria erstmal wieder ordentlich aufräumen. Ich sehe hier nur ein Monster. Ein einziges Monster ist von der Finsternis von Kalasmos besessen. Ein einziges nur. Das geht ja noch. Die Frage ist halt nur, welches? Die Monster jedenfalls nicht. Gucken wir doch mal. Welches Monster könnte es sein? Die Sauberkrabbe ist es nicht. Der Wiedergänger ist es nicht. Wir schämen auch nicht. Der Bienenstichler ist auch normal geblieben. Die Sausmaus ist normal geblieben. Die Gibera ist normal geblieben. Die Flotte Bete ist normal geblieben. Ich glaube, ich weiß wer. Ich glaube, ich weiß, welcher Gegner nicht normal geblieben ist. Ich sage nur so viel. Es ist eine andere Form des Kuddels. Ich denke mal, dass der besessen ist von der Macht von Kalasmos. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen was haben wir noch zu tun hier. Alles werden wir sowieso nicht machen können, bevor wir bei Tristan sind. Das kommt auch noch dazu. Aber ein Großteil, sagen wir es mal so. Ein Großteil. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Okay, hier tauchen also die Wiedergänge auf. Interessant. Ist ja irgendwo logisch im Sumpfgebiet. Oh, gleich zwei von denen. Bloß nicht zu viele. Sind eh schwach. Davon mal ab. Deswegen brauche ich nicht mal für Magie benutzt. Das geht auch so. Recht schnell besiegt. Oh, süß. 140 Punkte, Leute. Darüber lachen wir. Wir brauchen das 100-fache. Und zwar locker das 100-fache. Du heiliger Strohsack. Ja. Viel zu tun wir noch haben. Mhm. So sieht es aus, Freunde. So sieht es aus. Wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen am Laufen. Zum Beispiel, dass wir die Monster gerne voll haben wollten. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde das ist eine schöne Extra-Herausforderung. Die Monster voll zu kriegen. Also die Monster-Liste. Davon mal ab. In der S-Version sind die Monster sowieso. Also es gibt sowieso noch mehr Monster. Davon mal ganz ab. Ich glaube da gibt es um die 700. Also da gibt es ein paar mehr. Doch. Geringfügig ein paar mehr. Da sind sie. Ich habe sie gerade gesehen. Und die hatten auch grüne Augen. Da. Du hast grüne Augen. Die sind zu perplex um sich zu rühren. Die Muddel der Finsternis. Genau. So war das. Rosa Orkan. Jo. Habe ich alles gut gemacht? Damit haben wir die. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Nächstes Ziel. Gondolia. Beziehungsweise. Nein. Nicht Gondolia. Heliodor. Warum Heliodor? Weil ich die Kanalisation vergessen habe letztes Mal. Da sind ja auch noch ein paar Monster. Bevor wir da aber hingehen. Es wurde ja gesagt es soll hier einen Folianten von Tristan geben. Gibt es auch. Falls ihr die Leute aus Kiesling sucht. Die sind alle nach Hause gegangen. Besucht sie doch mal wenn ihr etwas Zeit habt. Mhm. Machen wir. Aber noch nicht jetzt. War das hier? War das in Euklas gemacht? Ich meine das war bei Euklas. Boah welches Buch war es? Ich hoffe das in der Mitte. Ich weiß es nicht mehr. Ne. Leider nicht. Da wir das ja schon mal hatten. Werde ich es überspringen. Wir hatten das nämlich im Laufe des Let's Plays schon mal gehabt das Buch. Deswegen überspringe ich das. Ah. Leeren Tristans. Geheimnisse des Herzens. Das werde ich laufen lassen. Langsam. Weil das kennen wir noch gar nicht. Wenn ihr es gerne lesen möchtet. Liebe Freunde da draußen. Liebe Lesinteressierte. Könnt ihr natürlich gerne die Pausentaste drücken. auf YouTube. Und könnt euch das dann in aller Seelenruhe durchlesen. Ich werde es nicht vorlesen. Da bin ich dann doch ein bisschen lesefaul. Ich weiß. Schweinerei. Aber das darf ich mir doch auch mal gönnen. Wenigstens einmal. Ich lege schon in die Kommentare. Nein. Abgelehnt. Nein. Alles gut. Ich habe eine recht lockere Zuschauerschaft. Das weiß ich. So. Die Kanalisation. Wir hatten da nämlich zwei von fünf Monstern. Mhm. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Welche Monster waren es eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Schwarzer Drache der Finsternis. Miesrabe der Finsternis. Sogar Monster der Finsternis. Die wir schon besiegt haben. Ja. Geil. Ah ja. Den kennen wir doch. Fauler Zauberer der Finsternis. Sie kann es. Immer wieder aufs Neue. Was für eine Frau. Knapp 3000 Punkte für diesen einen Move. Wahnsinn. Aha. Lamplinge der Finsternis. Machen wir lieber den üblichen Schwärzeklon. Irgendwie haben wir davon mehr als von Veronicas Technik. Weiß ich. Das ist irgendwie so. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie einfach nur Frostfonteine. Nur dass Veronika dabei ist. Weiß ich nicht. Irgendwie. Hätte. Keine Ahnung. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Aus der. Aus der Koopffähigkeit. Wenn ich ehrlich bin. Da hätte man wirklich noch einen Ticken mehr rausholen können. Finde ich. Ist meine bescheidene Meinung. Ja. Heilkraut. Das ist sehr hilfreich für uns. Nicht? Bei so vielen Punkten, die wir mittlerweile haben. Würde uns das nicht mehr viel bringen. Den lassen wir mal in Ruhe. Die Krähe fliegt hier auch noch rum. Um die Türen brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Weil die haben wir eh alle schon aufgeschlossen und geplündert wie nichts Gutes. Aber was fehlt uns hier noch? Hehehehe. Danke. Toll. Das hat meine Frage gerade beantwortet. Die Metallmeise der Finsternis. Jetzt finden sie uns nicht mehr. Danke, Jade. Habe ich alles gut gemacht? Oh. Tierknochen. Okay. Damit dürften wir jetzt alle Monster haben. Und wir haben sie auch alle. Sehr gut. Dann machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Nach... Na? Richtig. Gondolia. Absolut korrekt. Von Gondolia dann aus per Schiff. In Richtung dieser Insel. Hä? Kampfmusik? Hier? Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Oh. Mir gefällt das nicht. Ganz und gar nicht. Erst macht diese Schattensonne die Monster noch wilder als sonst. Und jetzt haben sie auch noch Gondolia erobert. Die Bewohner haben zum Glück gerade noch rechtzeitig Reis ausnehmen können. Aber jetzt ist alles voller Monster. Die dreisten Lumpen spazieren rum, als ob sie da zu Hause wären. Ihr kennt euch doch damit aus, wie jemand böse Buben verkloppt, nicht? Worauf wartet ihr da noch? Erteilt denen mal eine kleine Lektion, damit es ihnen wieder normal zugeht. Ich habe Angst. Verständlich. Gut. Ihr wollt auf die Schnauze? Dann kommt der. Das gab ein Schmatzer des Todes und wir leben trotzdem noch nicht. Ich bin vergiftet. Dankeschön. Vielen Dank. Alter, was? Okay, die sind ein bisschen stärker. Ja, die sind wirklich... Au. Die sind wirklich ein bisschen stärker. Eieieieie. Die halten ja einiges aus. Erst das Fem Fatal überlebt. Das Kawum überlebt. Hackschrauber überlebt. Die haben was auf dem Kasten. Serena, Entgiftung bitte. Danke. Keine MP-Verbrauch. Also der Auerlutscher ist echt Gold wert. Ehrlich. Ohne Scheiß. Auch wenn der Name noch so lächerlich ist, aber das ist echt Gold wert. Ändert so ein bisschen an Kapitel 1 irgendwie gerade. So ein bisschen hat es was davon. Kordakäppchen, der Finsternis, ja. Und rosa Orkan. Boah. Eieiei, die haben echt was auf dem Kasten. Und clear. Okay, einen hat es umgehauen. Serena, kümmere dich mal bitte um deine Schwester. Die sieht ein bisschen mitgenommen aus. Danke. Ja. Mitten ins Auge. Danke. Mitten ins Auge. Okay, was auch immer da rumwalkt. Es hat irgendwas mit Rüstung zu tun. So, jetzt kommen wir auch endlich mal hierhin. Erstmal looten. Lars findet eine Mini-Medaille. Geil. Hatten wir lange nicht mehr. Und schön spawnen. Schön spawnen. Schön spawnen. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Achat der Evolution. Und hier war auch noch was. 50.000 Goldmünzen. Geil. Ich glaube, ich werde nachher nochmal, wenn wir hier fertig sind, also wenn die Stadt befreit ist, ich glaube, dann werden wir tatsächlich mal ein bisschen was in die Bank einzahlen und sämtliche Trophäen einfach mal abgreifen, die es gibt. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Na, was haben wir denn hier? Ich kann mal doch... Alphapirscher. Genau. Den haben wir nämlich schon mal platt gemacht. In Onzen. Der eine oder andere wird sich sicherlich noch erinnern. Ja, was kannst du mal machen? Gute Frage. Mach doch mal das hier. Was für ein Tritt. 600... 693 Schaden. Was? Danke. Und nochmal, weil es so schön war. Und nochmal 22 weg. Geil. Und hemmungslos ergießen. Aua. Der tritt mich einfach. Aua. Jade, du hast das so schön gemacht. Mach es bitte nochmal. Umwerfen. Einfach nur umwerfen. Wahnsinn. Was für eine Frau. Aua. Oh, wie greifen sie... Trotz Köp... Äh... Genau. Trotz Köpfe sind das. Nicht trotz Köpfe, trotz Köpfe. Au, au Und einmal Schön, dass man die Schattensonne im Hintergrund sehen kann Und nochmal, jawohl Und rauf da Und dann nochmal Hackschrauber hinterher Will jemand einen gehackten Trotzkorb? Öl Einmal ins Auge pieken Die haben zwei Augen, verdammt Na gut Dann eben so Tatsächlich, ich höre eine Rüstung hier rum Äh, rum Wackeln, hätte ich jetzt fast gesagt Läuft hier eigentlich noch irgendwas rum Hier unten Im unteren Bereich der Stadt Oder haben wir hier soweit alles leergerollt? Ah ja Das scheint die Höllenrüstung zu sein Kann das sein? Angabe ist ohne Gewehr, nur mit Schrottflitte Ihr kennt das ja Bei mir Jute Sache Todesrüstung Höllenrüstung Todesrüstung Mein Gott Kommt doch keiner mehr mit Irgendwas mit Rüstung auf jeden Fall So Können wir uns da auch einigen? Bitte Fünf von der Ihr müsst doch danach so derart die Füße wehtun Mal ganz ehrlich Autsch Nicht nett Den tut jedenfalls nix mehr weh Der ist so Genau Sehe ich genauso Ach guck mal Hier ist noch so einer Hier geblieben Wo haust nicht ab Was war denn das gerade mit dem Fuß links? Habt ihr das gerade gesehen links? Okay Das war scheiße Das war ja gar nix Also Eis scheinen die zu mögen Hm Veronica Mach den beiden doch mal bitte etwas Feuer unter dem Hintern Hm? Und zwar mit Schmor Das mögen sie wiederum nicht Das hab ich mir gedacht Es sind Wesen des Eises Alles klar Mach dich weg Sehr schön Das ist wirklich Ah ja Ein Schwadone scheint Der Kommandeur dieser Monster zu sein Todesrüstung der Finsternis Ja Jade Fußwirbel Wer hat da einmal sogar ab? So eine Sau Einmal magieren 20 Punkte Und hemmungsloser hin Ich dachte er wird jetzt ab Das wärs jetzt gewesen Ehrlich Äh Und Braus 219 Ja Okay Er will unsere Abwehr schwächen Aber es hilft ihm nicht viel Tja ja Ich würde mal sagen Das war gar nichts Das war gar nichts Das war gar nichts Also Windmagie scheinen sie auch zu mögen Aber Feuer mögen sie nicht Ironica Feuer mögen sie ganz und gar nicht Easy peasy Für unsere Kleine doch ideal Naja Große eigentlich Aber naja gut Fred Alter Junge Der lebt auch noch Mensch Das Schiff Das Schiff haben wir im dritten Kapitel bisher noch gar nicht genutzt Werden wir aber ändern Heute ändern wir das Jade Weil du es so schön kannst Wir hauen einfach mal so drauf Ne Klaue ihm mal ein paar Magiepunkte Der zweite Treffer sitzt irgendwie nie Oder fast nie Aua Ich hab einfach mal gerade Lust drauf Habe nämlich noch gar nicht eingesetzt Hm? Einmal Magieklau nur? Du machst mal gar nichts bitte Jade Fußwirbel Ich dachte sie würde Geräusche dazu machen Na gut dann nicht Bodo Errechtsstufe 65 Irgendwie hängt der Ton heute ein bisschen nach Also bei mir im Spiel Ich weiß nicht wie es bei euch ist Ich hoffe jedenfalls Dass es bei euch nicht der Fall ist Falls doch Tut es mir leid Immer noch nicht genug Punkte Mein Gott Wie viele Punkte braucht das denn? Ich hab's gerade gesehen 36 Alles gut So das dürfte dann der letzte sein Der Kollege hier Ja genau dich meine ich Ein Schadonis Schadonis Auf wen könnte das angelehnt sein? Ich hab keine Ahnung Adonis wahrscheinlich Könnte ich mir vorstellen Ansonsten I don't know Alles klar Schade Ich dachte man könnte mal zeigen An Antiquias Segen Was sich geändert hat Aber Die Chance haben wir leider noch nicht Kommt noch Es wird sich noch ergeben Da bin ich mir sicher Oh gleich nochmal Okay Er ist immer noch von Jade fasziniert Finde ich gut Der Schadonis kommt wieder zu sich Und haut Jade direkt eine rein Frechheit Jade Hexenschuss Muss man sich immer ergeben Ey 300 Punkte zieht sich da mit Aroma ab Hm Sehr gut Das war der Schadonis 4.260 Punkte Und er war nicht von der Finsternis beseelt Lassen seine Gefährten haben alle Monster besiegt Und Gondolia befreit Hm Ah Nostro Salvatore Ihr seid es Lex hat mir davon berichtet Wie ihr all die Monster bekämpft Und Gondolia gerettet habt Ich muss euch tausendmal Grazie sagen Als ich allen sagte Sie müssten die Stadt verlassen Glaubte ich nicht daran Dass sie je zurückkehren könnten Nein Senior Ich kann nicht in Worte fassen Wie dankbar wir euch sind Stattdessen möchte ich Dass ihr dies an euch nehmt Per favor Es ist nicht viel Aber es kommt von Herzen Diretamente Dalkor Schieß mich tot Ein Gewitterschwert Uh Ah Fast hätte ich es vergessen Lex hat mich gebeten Euch auszurichten Dass er mit euch sprechen möchte Ich glaube er hat euch etwas Wichtiges zu sagen Ja wie ihm auch Wahrscheinlich Grazie Miele Aber wer weiß Ihr werdet es selbst herausfinden müssen